Hallo, ich bin Sandra und ich darf euch diese Woche auf dem Account der Techniker Krankenkasse begleiten und heute unter anderem in den Storys berichten. Ich bin hier im wunderschönen Chamonix in Frankreich auf einem Yoga-Event. Ich durfte heute Morgen auch schon selber Yoga praktizieren, sonst teile ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Und was für mich ganz wichtig ist, ist eben genau das, das Yoga zu teilen, meine Geschichte zu erzählen. Ich schreibe auch wahnsinnig viel auf Instagram, wenn ihr auf meinen Account mal gucken wollt. Ich habe auch auf dem Techniker Krankenkasse Account sehr, sehr viel geschrieben. Und ja, das ist für mich einfach mein Why, mein Warum, was mich antreibt, zu erzählen, was mir passiert ist, wie ich mich entwickelt habe und auch die Tools, die Instrumente dazu zu teilen, wie man glücklicher werden kann, wie man mehr Selbstliebe entwickeln kann und ja, ein schönes, erfülltes Leben leben kann. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr diese Woche ein kleines Stückchen diesen Weg mit mir lebt. Und ich freue mich genauso sehr auch diese Woche, euch heute ein bisschen, heute und am Samstag, ein bisschen mitzunehmen auf diesem Weg und euch mein Leben zu zeigen. Und falls ihr mich heute irgendetwas noch fragen wollt, ich würde mich freuen, schickt gerne eine Direkt-Message, ich werde das sammeln und dann hier in den Storys antworten. Ich muss euch auch mit diesem wunderschönen Blick zeigen. Liebe Grüße! Hallo ihr Lieben, noch bin ich in meinem Garten. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil heute ist ein ganz persönlicher Vortritt von mir. Ich darf heute bei den Yugi Days unterrichten und davon habe ich letztes Jahr noch geträumt und heute wird es Wahrheit und ich darf euch da auch mitnehmen. Ich habe gerade eine ganz, ganz großartige Stimme gehabt mit einer meiner ließen Freundin Mara von Giuliana. Und jetzt sind wir hier bei Hatsch mit ganz vielen Lehrern. Und lasst uns uns hier einmal gut gehen. Ich möchte mich bedanken, dass ihr mich heute so nett den Tag begleitet habt. Ich werde jetzt gleich noch mal raus in die Sonne gehen. Das Wetter ist super hier in Hamburg und das Abendessen genießen. Habt einen wundervollen Samstag. Und falls ihr Lust habt, auch einmal dabei zu sein und der TK-Community einmal euren ganz persönlichen Vortritt zu erzählen, dann bewerbt euch doch einmal dafür. Und ich bin gespannt, was euer ganz persönlicher Vortritt ist und freue mich auf eure Geschichten. Bis bald! Das Wetter ist sehr schön!